Ja Freunde, herzlich willkommen, ich bin Petty335HD und zu mir und auf meinem Kanal findet ihr Videos, alles rund um The Witcher 3, Wild Hunt, jetzt auch Fall Guys, Ultimate Knockout, Assassin's Creed und vor allen Dingen Star Wars Battlefront 2 und Star Wars Jedi For The Order, schaut unbedingt mal rein, abonniert, abonnieren nicht vergessen, den Daumen nicht vergessen, damit ihr immer auf den neuesten Stand bleibt. Ja und das ist die Aufnahme übrigens mit meinem neuen Mikrofon, dazu habe ich ja dann noch das Unboxing Video hochgeladen und wir legen jetzt mal los, gucken ob wir eine Lobby finden. Ja man, das Spiel ist richtig geil, ich feiere das, ich habe es ein paar Mal so privat gezockt und ja, ist mega. Ja, Torhunger, richtig geil, feiere ich. Ob wir es ins Finale schaffen und die Krone holen? Schauen wir mal. Yeah, Alter, noch mit einem Hechtjump rüber. Wir sind auf dem ersten Platz, richtig nice. Checkpoint erreicht, richtig geil. Ah nein, ich habe vergessen, haha geil, ich habe vergessen zu springen und versau mir so den ersten Platz. Ja, ja, sehr gut, richtig gut rüber gekommen, als 23er, geil. Naja gut, ich hätte erster sein können, so geil ist das dann, haha, doch nicht, haha. Arrivederci, Babinos. Haha. Ja, Schadenfreude ist doch immer die beste Freude, oder nicht? Außer wenn es dann einen selber trifft. Hindernisparcours. Uuuuuh, da bin ich mal gespannt. Habe ich bisher nur einmal gehabt? Ja, so ein Pisser, Alter, hat er mich da runter geschubst? Aber gut, das dürften wir eigentlich auch recht easy schaffen hier. Jawoll, Alter, hier sind wir sauber durchgekommen. Richtig nice. Yeah, Alter. Mit einem Fallrück, mit einem Fallrückzieher ins Ziel. Richtig geil. Runde beendet, sauber. Kommt jetzt das Final? Nee, da kommt definitiv bestimmt noch eine Runde. Sind ja noch 43 übrig. Na gut, 31. Jetzt nur noch, also 31 haben sich qualifiziert. Ja, bis jetzt haben wir noch Glück gehabt. Uuuuh, ich glaube da fail ich übelst. Ich glaube einmal habe ich das bisher hier geschafft. Wow, das war knapp. Das war mehr als knapp. Alter Schwede. Sieben sind schon unten, von 13, gut 8. Wie die hier auch immer, ein Versuchung rüber zu hauen. Wow, Alter, was mache ich denn da richtig riskant? Geil, Alter. So, schnell rüber hier. So. Wird's gemacht. Drei müssen noch runter. Hoffentlich bin ich nicht einer davon. Bitte, komm, Alter, lass mich das hier packen. Einer muss nur noch. Nur noch einer. Komm schon. Ja, Mann. Geil. 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 Na, was kommt jetzt als nächstes? Sturzball. Ja. Geil. Das feiere ich auch richtig, derbe. Auf jeden Fall. Wie farbe sind wir? Blue. Komm schon. Ein paar Tore müssen wir hier kicken. Die dürfen den auf gar keinen Fall bei uns reinkriegen. Jungs. Macht mal keine Faxen da. Können doch hier keine zwei Bälle bei uns drüben haben. Das geht nicht. Ja, schöner Kopfball. Komm schon. Ey, wie? Die haben schon. Na, gut. Ich hab nicht grad... Nee, ich hab nicht das beste Team. Man merkt es. Die haben gleich Ball Nummer drei drin. Fuck. Sollen wir denn das packen? Ja, Alter. Das war nice von ihm. Komm. Zwei müssen wir noch reinkriegen. Ja, aber nicht in unser Netz. Mieser Shit. Verdammt. Nein. Holy. Nein, Mann. 6-1. Ja, das Spiel ist gelaufen. 7-1. Das ist auch gelaufen. Oder? Ja, 36 Sekunden. Das ist sowieso gelaufen. Dann sind wir raus. Ah, wenn ich so ein Team aus Luschen habe. Was soll ich denn da machen? So, mein Kopfball. Ah, schade. Ich dachte, der geht fett rein. 9-1. 9-1, ey. Das war's definitiv. Na? Aber der ging noch rein. Hoffe ich doch. 9-1, ey. Das ist ja echt Brasilien-Finale, ne? Auf Wiedersehen, Pally. Siehst du, hat auch schon gewunken. Hey, geil. Ey, so macht verlieren aber Spaß, ne? Das ist mal so ein Battle Royale, das ich mal richtig feier. Ja, gut, das war's dann mit dem Video. Zugucken will ich ja nicht. Aber erstmal... Wir gucken trotzdem in den Store. Oh, das wäre so nice gewesen. So, raus hier. Ja, gut, immerhin 400, fast 400 Erfahrungspunkte. Gucken wir mal hier im Store. Wir können uns einen Affen holen. Was haben wir denn hier noch? Das Hühnerkostüm. Was ist das? Ninjameister. Für 5 Kronen. Ja, gut, ich hab nur einer bisher. Horni. Na gut, komm. Ja, holen wir uns erstmal das Huhn. In Besitz. Sehr nice. Nein, noch nicht ausrüsten. Ninjameister. Legendär. Hätte ich gerne. Oder hier. Episch. Als Held. Auch richtig geil. Und wir holen uns... Für die Krone... Ein Oberteil vom Affen. Dann wird's aktualisiert. Ein Tag und 18 Stunden. Alles klar. Was kommt denn als nächstes? 1500. Farbe. Basketballspieler. Ja, gut, Freunde. Das war's dann erstmal soweit mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vergesst nicht zu abonnieren. Den Daumen nicht zu aktivieren. So verpasst ihr kein Video mehr von Fall Guys. Und wir sehen uns dann im nächsten. Haut rein. Und wir sehen uns dann. Subtitelung. Boot abdominis. Bis zum nächsten Mal.